Und damit hallo hier zu einem weiteren Trophy Guide. Diesmal gehen wir in die mittelalterischen Schwefefelder in den Oergarten. Denn mir fehlen aktuell noch paar Qualen und für die Trophäe Qualenfelder brauchen wir 50 Qualen an der Zahl und hier können wir perfekt eure Qualen einsammeln. Also eine perfekte Location um die Trophäe zu machen. Wenn euch der kleine Guide gefallen hat würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben und sofern noch nicht geschehen gerne auch über ein Abo. Bis dahin sage ich Ciao, Servus, macht's gut.